Namaste. Willkommen in meinem Podcast. Mein Name lautet Alexander Schattenberg. Ich bin Begleiter auf deinem Weg ins Glücklichsein. Der Diamant liegt immer in deiner Hand. Das heißt auch, dein Umgang mit einer Konfliktsituation entscheidet deine Gesundheit, deinen Erfolg, deinen Wohlstand, deine finanzielle Situation. Wenn du keinen Konflikt mehr erlebst, weil du das Urteil aufgelöst hast und darin nur eine Aufgabe erkennst, eine Chance zum Besseren, entsteht keine Disharmonie mehr. Und der Körper hat keinen Grund mehr, dir eine Botschaft zu schicken durch ein Symptom oder Krankheit. Krankheit als Lehrer wird nicht mehr gebraucht, verschwindet aus deinem Leben. Aber nicht nur aus deinem Leben, auch aus deiner Beziehung, deiner Tätigkeit, deiner finanziellen Situation. Und Heilung geschieht auf allen Ebenen des Lebens. Du siehst, alles, was geschieht, ist eine Chance zu einem Entwicklungsschritt. Jeder Mensch ist ein Energiefeld mit einer individuellen Schwingung, die er ständig aussendet. Und damit schafft er sich sein persönliches Schicksal. Und nur er selbst ist der Einzige, der es jederzeit ändern kann. Also mach dir mal bewusst, welche Energiequalität sendest du denn gerade aus? Was verursachst du damit? Ist es das, was du wirklich willst? Und jetzt sende einmal ganz bewusst eine positive Schwingung aus. Einfach, indem du dich damit erfüllst, dich wohlfühlst. Um das Aussenden musst du dich nicht kümmern. Du sendest das aus, wovon du erfüllt bist. Erfülle dich einmal mit einem wunderbaren Wohlgefühl. Mit Sympathie. Mit Liebe für alles. Sei wirklich liebevoll. Und genau in diesem Moment, wirklich im gleichen Augenblick, ändert sich deine energetische Signatur. Ändert sich deine Bestellung beim Leben. Ändert sich deine Zukunft. Dein Schicksal. Dein ganzes Leben. Dein Schicksal. Dein Schicksal. Dein Schicksal. Dein Schicksal. Dein Schicksal. Dein Schicksal. Vielen Dank.